Guten Tag, im folgenden Film möchte ich Ihnen Informationen über die Krankheit Tuberkulose vermitteln. An dieser Krankheit erkranken weltweit jedes Jahr viele Millionen Menschen. Allerdings gibt es im Umgang mit der Krankheit Unterschiede von Land zu Land, weil das Wissen über die Krankheit und die Verbreitung in der Bevölkerung unterschiedlich ist. Daher trifft möglicherweise manches, was in diesem Film gezeigt wird, nicht auf Sie persönlich zu. Eines haben jedoch alle Menschen, die an Tuberkulose erkranken, gemeinsam. Die Krankheit ist ein sehr einschneidendes, sehr prägendes Ereignis. Das Leben der meisten Menschen verändert sich stark durch diese schwere Krankheit. In diesem Film möchte ich Ihnen daher helfen zu verstehen, woher Tuberkulose kommt, wie man sich schützen kann, wie die Krankheit festgestellt wird und welche Behandlung erforderlich ist. Sollten Sie selbst erkrankt sein, wünsche ich Ihnen von Herzen gute Besserung. Tuberkulose oder TBC wird von Bakterien verursacht. Das sind kleine, sehr widerstandsfähige Lebewesen, die eingeatmet werden können, ohne dass Sie dies bemerken. Auf diesem Weg gelangen die Bakterien in die Lunge, wo sie von Fresszellen eingeschlossen werden. Diese Fresszellen können die meisten Bakterien abtöten. Allerdings können Tuberkulose-Bakterien, die medizinisch Mycobacterium tuberculosis genannt werden, in diesen Fresszellen überleben und sich vermehren. Da Ihr Körper diese infizierten Zellen erkennt und beseitigen möchte, kommt es zu einer Entzündungsreaktion. Menschen sind dadurch manchmal in der Lage, ohne medizinische Hilfe die Infektion mit Tuberkulose-Bakterien über Jahre oder Jahrzehnte unter Kontrolle zu halten, sodass sie nicht erkranken oder in manchen Fällen sie sogar auszuheilen. Leider schafft es das Abwehrsystem oft nicht, der Vermehrung der Bakterien Einhalt zu gebieten. Dann kommt es zu einer Entzündungsreaktion mit schleichenden Fortschreiten der Krankheit und schließlich der Zerstörung der Lunge und anderer Organe. Die Entzündungsreaktion in Ihrem Körper führt zu den typischen Beschwerden oder Symptomen der Tuberkulose. Die Krankheit verläuft sehr langsam. Daher können Beschwerden schon monatelang bestehen, ehe Patienten einen Arzt aufsuchen. Es treten Husten, Fieber und nächtliches Schwitzen auf. Einige Patienten müssen mehrmals pro Nacht das Bettzeug wechseln, weil sie sehr stark schwitzen. Viele Patienten bemerken einen Gewichtsverlust, der mehrere Kilogramm betragen kann. Die typischen Beschwerden, die auf eine Tuberkulose hinweisen, sind also Husten, der viele Wochen anhält, Fieber, nächtliches Schwitzen und ungewollter Gewichtsverlust. Tuberkulose-Bakterien, die Sie eingeatmet haben, können sich in den Abwehrzellen Ihrer Lunge vermehren. Bei dem Versuch des menschlichen Abwehrsystems, die befallenen Zellen zu zerstören, werden oft auch Teile der Lunge zerstört, in denen sich die Bakterien aufhalten. Die hierbei entstehenden Löcher im Lungengewebe nennt man Kavernen. Sie sind im Röntgenbild oft sichtbar. In diesen Kavernen sind die Bakterien für das menschliche Abwehrsystem nicht mehr erreichbar. Zudem werden beim Husten Bakterien aus den Kavernen bzw. anderen krankhaft veränderten Lungenteilen in die Umgebungsluft geschleudert, wodurch sich andere Menschen anstecken können. Solange Sie für andere Menschen anstecken sind, müssen Sie und Ihr Gegenüber zum Schutz Masken über Mund und Nase tragen. Ob sie ansteckend sind, kann in der Regel durch Untersuchung des Auswurfs festgestellt werden. Tuberkulose kann mit antibiotischen Medikamenten behandelt werden. Leider dauert die Behandlung viele Monate und erfordert viel Geduld. Sie werden über viele Monate viele Tabletten einnehmen müssen. Es ist außerordentlich wichtig, dass Sie diese Tabletten regelmäßig nehmen. Wenn Sie Tabletten nicht regelmäßig einnehmen, kann es passieren, dass die Behandlung nicht erfolgreich verläuft. Dann werden sich die Bakterien vermehren und können gegen die antibiotische Therapie resistent sein. Das macht die Therapie dann wiederum länger und komplizierter. Im schlimmsten Fall können Sie an solch einer resistenten Tuberkulose sterben. Jeder Tuberkulose-Patient kann durch einfache Maßnahmen selbst zur Heilung beitragen. Zum einen ist es wichtig, dass Sie nicht rauchen. Die Heilung dauert bei Rauchern länger als bei Nichtrauchern. Sie sollten auch häufig an die frische Luft gehen und sich gelegentlich in der Sonne aufhalten, wenn Ihnen dies möglich ist. Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie die verordneten Medikamente regelmäßig und zuverlässig einnehmen. So können Sie selbst zur schnelleren Heilung wesentlich beitragen.